Willkommen zu Star Citizen und den Gentleman News. Nachdem die digitale CitizenCon nur noch wenige Tage entfernt ist, waren die Neuigkeiten dieser Woche zwar eher überschaubar, jedoch nicht weniger effektvoll. Denn in dieser Woche dreht sich alles nur um Bomben. Große Bomben. Und nachdem ein großes Boom deutlich mehr sagt als 1000 Worte, in 30 Sekunden vorab alles worauf es ankommt und unsere Detailanalyse wie gewohnt im Anschluss. Mit den Größe 10 Kolossusbomben erscheint die A2-Variante der Starlifter-Serie von Crusader. Mit der Initialversion der Alpha 3.15. Im Übergangsweisen-Bomben-Operator-Modus, analog dem Missile-Operator, erhalten wir ein eigenes HUD-Element, womit wir unseren Bombenabwurf, welcher zunächst nur innerhalb einer Atmosphäre möglich sein wird, auch entsprechend planen können. Hiermit können wir einen Zielkreis, welcher uns den Schadensradius der Größe 10 Bomben anzeigt, festlegen, wonach dieser Bereich dann in unserem HUD erscheint und wir einen Zielanflug wagen können. Hierdurch haben wir dann auch ohne eine direkte Sichtlinie auf unser Ziel die Möglichkeit zu manövrieren und entsprechend unsere Ladung abzusetzen. Alternativ können wir ebenfalls über die eingeblendeten Kreise im Sichtflug unseren Zielkreis mit unserem Wirkungskreis in Einklang bringen und die Bomben abwerfen. Hierbei ist die A2 das erste Schiff mit dieser Mechanik, wobei bereits angekündigt wurde, dass auch einige weitere Schiffe diese Bombenmechanik, wenn auch mit deutlich kleineren Ladungen, erhalten werden. Hierbei tauschen wir dann die Raketen gegen Bomben aus. Somit bleibt nur noch eine Gameplay-Mechanik, wofür wir den Einsatz solcher XXL-Bomben auch benötigen. Jedoch wurden bereits die neuen Raketenabwehr-Türme gezeigt, welche die bisherigen Kanonen ergänzen. Hier haben wir es künftig dann nicht nur mit Bodengeschützen, sondern auch einer Vielzahl anfliegender Raketen zu tun, sollten wir ein Bodenziel angreifen. Aber natürlich auch für Thieres of War sind Mechaniken wie Bombenabwurf, Verteidigung von Bodenstellungen sowie erweiterte taktische Möglichkeiten von essentieller Bedeutung. Zumindest steigt das Potenzial für künftige Bodenmissionen deutlich, für welche wir zunächst umfangreiche gegnerische Kräfte am Boden ausschalten müssen. Das nötige Material hierfür erhalten wir zumindest schon mit der Alpha 3.15. Im Gegensatz zur Starlifter A2 erscheinen die Ares Starfighter-Varianten Ion und Inferno sowie die Redeemer erst zur Intergalactic Aerospace Expo im November und somit nicht direkt mit dem Release der Version 3.15, sondern mit einem X-Patch. Für die überarbeitete Version des Arena Commanders gab es weiteres Bildmaterial, wonach die Karten deutlich vielschichtiger werden, mehr taktische Möglichkeiten bieten und vor allem die Optik einen deutlichen Sprung macht. Neu-Spiel-Modi oder erweiterte freischaltbare In-Game-Events wurden hierzu bislang noch nicht angekündigt. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich im Arena Commander weitere neue Spielelemente finden werden, nachdem die Überarbeitung hier bereits sehr umfangreich ausfällt. Zu den Arbeiten in der Landezone Orison gab es ein Update, wonach wir im Crusader-Showroom, in welchen wir nicht nur die Star-Runner, Star-Lifter, Star-Fighter, sondern bei einem späteren Erscheinen auch die Star-Liner-Serie direkt In-Game kaufen können. Und nachdem hier auch die diesjährige Intergalactic Aerospace Expo standfindet, werden wir bald das Gelände im Detail kennenlernen. Und auch zu Cousin Crows gab es einige neue Bilder, welche uns einen erweiterten Einblick in diese Manufaktur gewähren. Hierbei sind wohl nicht nur Schiffe veränderbar, nachdem auch Waffen und Komponenten zu sehen sind. Bei weiteren angesprochenen Bereichen im aktuellen Inside Star Citizen handelt es sich zumeist um Wiederholungen aus vorhergehenden News, wie dem Medical Gameplay und den kommenden Einschränkungen und medizinischen Einrichtungen. Alle Details hierzu findet ihr natürlich hier im Kanal und in den entsprechenden News. Denn auch das kommende Loot- und Inventarsystem wurde nochmals mit den gleichen Informationen wiederholt. Auch diese News findet ihr hier im Kanal. Jedoch mit der CitizenCon in einer Woche wird es hier doch deutlich mehr Neuigkeiten geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht ja sogar ein Subscribe hier. Die Bomben sehen sehr gut aus und machen mit Sicherheit Spaß, nur benötigen wir auch einen sinnvollen Einsatzzweck hierfür. Daher bleibt zu hoffen, dass wir auf der CitizenCon hierfür auch entsprechende Mechaniken und Möglichkeiten sehen werden, um die große Size 10 Bomben auch abwerfen zu können. Aber wie immer interessiert mich eure Meinung zum Thema, was haltet ihr von den Bomben? Lasst es mich gerne wissen, in den Videokommentaren, im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Aber wie immer, das Allerwichtigste zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer. Ob Patreons, Kanalmitglieder oder der Twitch-Subscriber, ohne euch wäre das gar nicht möglich und ihr seid eine enorme Motivation, für welche wir vielen Dank sagen möchten. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreichste und erstklassige Giveaways von den besten Partnern und uns. Wer daran teilnehmt und was euch erwartet, erfahrt ihr im Discord oder im entsprechenden Ankündigungstrailer. Viel Glück! Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis bald und sage wie immer, see you in the verse!